Was enthält der Lieferschein? Variante dieser Aufgabenstellung, welche Angaben enthält der Lieferschein? Was steht auf dem Lieferschein drauf? Nun, da steht drauf erstmal die Artikelbezeichnung. Also das Was, dann Wer, also da steht der Absender und da steht der Empfänger. Ich nehme das mal als einen Punkt hier. Das Was, das Wer, das Lieferdatum. Das Wann und auf die Empfangsbestätigung, wenn bereits ausgeliefert wurde, dann wird auf dem Lieferschein bestätigt, dass das ausgeliefert wurde, so wie es da steht. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die auf einem Lieferstein stehen. Oft steht da natürlich noch ein Firmenlogo drauf und so weiter. Ja, und Sie sehen, dass man relativ häufig mit diesen W-Fragen hier arbeiten kann. Was, Wer, Wann, da kommt man schon relativ weit mit. Das sehen Sie hier. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.